Willkommen bei Empire. Heute möchten wir euch unseren neuen Kopfschlüsselmonitor, den Empire AMX 124, vorstellen. Und wenn ihr wissen wollt, was hier alles mit bei ist und was das Ding eigentlich kann, dann bleibt dran. Packen wir einmal das Ding aus und gucken wir uns erstmal an, was im Lieferumfang alles mit dabei ist. So kommen wir einmal direkt zu dem eigentlichen Monitor. So da ist auch schon das gute Stück. Das ist ein hochauflösendes 12,4 Zoll Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixel. Macht ein sehr sehr schönes knackiges Bild. Hier unten seht ihr, gibt es eine kleine schwarze Leiste. Die könnte man je nachdem, was man für eine Farbe im Fahrzeug hat, auch austauschen gegen eine silberne. Dann passt das zum restlichen Interieur. Kann man einfach hier abklipsen und die hier wieder dran machen. Hier unten haben wir eine Ambientbeleuchtung. Zeigen wir euch später, wie man die einstellen kann, damit das auch wieder zum Fahrzeug passt. Und an den Seiten haben wir hier die wichtigsten Anschlüsse, damit die Medien eingespielt werden können. Und zwar haben wir einmal hier ein HDMI-Anschluss. HDMI-In. Da könnte zum Beispiel eine Playstation angeschlossen werden oder eine Switch oder ein Player. Wir haben einmal HDMI-Out. Über den HDMI-Out kann man zwei Monitore verbinden. Da hätte man auf beiden Monitoren das gleiche Bild. Wir haben hier ein Micro-SD-Slot für Medieneinspeisung. Wir haben einen USB-Anschluss auch wieder für Medieneinspeisung. Kopfhöreranschluss und eine separate Stromversorgung. Hier hinten ist auch nochmal ein festes Kabel für eine Stromversorgung, wenn man das fest im Fahrzeug installiert. Und es ist direkt die Standard-Halterung an dem Monitor dran. Diese Halterung ist geeignet für Fahrzeuge, die in Kopfschluss und Gestänge haben. Es ist noch eine alternative Halterung mit bei für Fahrzeuge, die kein Gestänge haben. Die zeige ich euch später. Die kann man dann anschrauben und dann hier auch wieder gegen diese austauschen. Da kann man das Ding auch in dem Monitor verwenden. Was das coole an diesem Monitor ist, es gibt eine App, die kann man sich auf sein Smartphone installieren. Die gibt es für Android und Apple. Und von dieser App aus kann man remote diesen Monitor steuern. Das heißt Eltern können für ihre Kinder bei Disney Plus oder bei Netflix einfach einen Film starten, ohne immer wieder in den Monitor zu gehen. Das ist eigentlich, ich muss mal sagen, echt praktisch. Dann schauen wir mal, was noch bei ist bei dem Monitor im Lieferumfang. Genau, da ist die die alternative Halterung, die ich vorhin erwähnt habe für andere Sitze. Und natürlich das Anschlusskabel mit den üblichen Anschlüssen für die Stromversorgung. Und wir haben dann auch hier noch mal wieder Chinch in und out. Einmal, um zum Beispiel wieder ein Player oder sowas einzuspeisen. Und natürlich Audioausgänge, um den Ton dann über die Fahrzeuglautsprecher auszugeben. Und so wie es sein muss, natürlich eine Bedienungsanleitung. In dieser Bedienungsanleitung ist erklärt, wie man das Ding anschließt, was die ganzen Anschlüsse bedeuten, wie man das Gerät einrichten kann. Und jetzt seht ihr ein Einbaubeispiel vom IMX 124 in dem Auto. Und das war es auch schon zum Lieferumfang. Und jetzt zeigt euch mein Kollege der Achim einmal die Bedienung und einmal die App. Um alle Funktionen nutzen zu können, ist es erst einmal wichtig, dass das Gerät mit dem Internet verbunden wird. Dazu öffnen wir die Einstellungen. Wir stehen auf Wi-Fi und können uns hier mit dem gewünschten WLAN verbinden. Damit wir auch mobil einen Internetzugang haben, raten wir euch, die MyCarLink App herunterzuladen. Auf dem Smartphone installiert, geht ihr bitte zuerst in die Smartphone-Einstellungen. Hier in diesem Beispiel Mobilfunknetz. Dann öffnen wir den persönlichen Hotspot. Der IMX 124 erkennt unser Smartphone. Unter Umständen wird hier nochmal nach einem Kennwort gefragt, das ihr dann eingeben müsst. Mit dem Smartphone als mobiler Hotspot verbunden, öffnen wir die MyCarLink App, wählen dann den Monitor aus und sind jetzt automatisch mit dem Internet verbunden. Die MyCarLink App spiegelt nicht das Smartphone auf dem Monitor, sondern umgekehrt. Der Monitor wird auf dem Smartphone gespiegelt und lässt sich hier bequem vom Smartphone aus bedienen. So ist es zum Beispiel möglich, dass wenn die Kinder hinten ein Video schauen, vorne die Mutter oder der Vater das Programm ändert, ein anderes Video abspielt etc. Ich mache euch erstmal vor, wie das funktioniert. So habe ich vom Smartphone aus einen kompletten Zugriff auf den IMX 124. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, den IMX 124 mit dem Entertainment System des Fahrzeugs zu verbinden, das heißt das Autoradio hat kein AUX Eingang zum Beispiel, dann steht euch noch ein FM Sender zur Verfügung. Um den FM Sender einzuschalten und die entsprechende Frequenz auszuwählen, auf der der Monitor am Ende senden soll, gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist, wir öffnen hier unten das kleine Menü, schalten den FM Modulator ein und können dann hier die Frequenz auswählen, auf der wir senden möchten. Diese Frequenz stellen wir am Radio ein und schon haben wir den Sound des IMX 124 über das Autoradio wiedergegeben. In diesem kleinen Menü stehen uns auch andere Einstellungen zur Verfügung. So können wir die Displayhelligkeit, einstellen und den Kontrast und die Wiedergabelautstärke, die allerdings nur dann funktioniert, wenn der FM Modulator ausgeschaltet ist. Der IMX 124 verfügt über eine Stimmungsbeleuchtung, eine sogenannte Ambientebeleuchtung. Die ist zu finden am unteren Rand des Monitors und lässt sich in verschiedenen Farben einstellen. Wir öffnen wieder unser kleines Menü und haben hier die Möglichkeit, die Stimmungsbeleuchtung ein- und auszuschalten. Wir haben die Möglichkeit, die Funktion Auto zu wählen. Jetzt wird die Stimmungsbeleuchtung in seiner Farbe automatisch und permanent geändert. Wer aber eine individuelle Farbe haben möchte, schaltet die Funktion Auto aus und kann hier unten unter sieben verschiedenen voreingestellten Farben wählen. Wenn da immer noch nicht die richtige Farbe dabei ist, haben wir die Möglichkeit, auch hier oben über diese Leiste eine individuelle Farbe manuell einzustellen. Auf dem Gerät sind einige Apps vorinstalliert, wie zum Beispiel YouTube oder Netflix. Um diese Apps zu öffnen, tippen wir einfach hier im Menü auf Apps und schon sehen wir alle vorinstallierten Apps. Natürlich hat das Gerät einen Play Store, über den wir auch weitere Apps, sofern man angemeldet ist, auf diesem Gerät herunterladen und speichern kann. Um geöffnete Apps, die im Hintergrund unter Umständen noch auf sind, zu schließen, tippen wir hier unten auf das Quadrat. Das ist im Prinzip wie bei jedem Smartphone so und dann können wir hier die Apps, die ich nicht mehr brauche, individuell schließen. Wenn an dem HDMI Eingang eine Videoquelle angeschlossen ist, dann wählt ihr einfach HDMI in und schon schaltet das Gerät auf den HDMI Eingang und kann die angeschlossene Quelle wiedergeben. Wenn zwei AMX 124 im Fahrzeug verbaut wurden, ist es auch möglich über diese HDMI Funktion beide Geräte miteinander zu verbinden. Das Gerät verfügt über einen AUX Eingang. Das sind ganz normale RCA Eingänge, also ein Kinch Video und dann haben wir noch die Audio Eingänge links und rechts. Wenn ich hier eine analoge Quelle anschließe, bin ich ebenfalls in der Lage diese wiederzugeben. Der Monitor verfügt über einen SD Karten Slot. Von dort aus können wir Videos oder Musik über den Monitor wiedergeben. Als Beispiel wähle ich jetzt einfach mal Video. Auf dem Gerät sind zwei kurze Videos vorinstalliert. Dann öffne ich das Menü und sehe dann hier die Videos, die ich im internen Speicher habe, also auf dem Gerät gespeichert sind. Ich kann aber auch die SD Karte auswählen oder den USB Stick als Quelle anwählen. Wenn ihr das Hintergrundbild ändern möchtet, geht ihr einfach in die Einstellungen, wählt System, dann Hintergrundbild und hier habt ihr ganz viele verschiedene, um genau zu sein 14 verschiedene Wallpaper zur Auswahl, die ihr als Hintergrundbild verwenden könnt. Zum Beispiel dieses. Sollte euch das Thema nicht gefallen, also wie die Apps angeordnet sind, wo die Uhr sich befindet etc., dann habt ihr die Möglichkeit das zu ändern, indem ihr in die Einstellungen geht. System, Home-Thema, dort müsst ihr das Passwort großgeschrieben A-N-D-R-S-E eingeben und auf OK tippen. Und hier habt ihr jetzt 11 verschiedene Themen zur Auswahl. Aktuell hatten wir das Thema Nummer 2 gewählt. Wir können aber auch mal zum Beispiel das Thema Nummer 9 wählen und schon habe ich eine Oberfläche, die so ähnlich aussieht wie die App-Oberfläche, die wir aktuell im Mercedes-Benz kennen. Wenn ihr möchtet, dass der Monitor statt auf seiner grundsätzlichen Oberfläche mit dem HDMI-Eingang startet, dann könnt ihr das einstellen, indem ihr in die Einstellungen geht, System, Anzeigemodus öffnen und hier wählt ihr anstelle Hauptschnittstelle öffnen, HDMI-Eingang öffnen und schon wird der Monitor, wenn er denn hoch fährt und startet, standardmäßig auf den HDMI-Eingang schalten, um die Inhalte von HDMI wiederzuwenden.